Ich halte mich an Bergy. Bergy schickt die alle ins Deckung, aber ich halte den einfach nur von hinten weg. Wer macht den Fahnenträger? Wir brauchen den Fahnenträger. Ich habe keine Puste. Meine erste Runde würde ich gerne ein bisschen spielen. Wenn die Fahne dann suchen wir dann aus. Erstmal sollen alle rankommen und da genauer kann ich reinfahren. Hier, blau! Marco macht den Fahnenträger. Findest du auch Bergy? Ja. Ja. Also ich habe keine Fahne zu tragen. Aber es müssen mehrere Leute sein eigentlich. Was denn? Fahnträger, also dass sie unter... Jeder eigentlich Fahnträger. Also wenn der eine Fahnträger rausgeschossen wird, dann muss einen anderen übernehmen. Also dann muss sich jeder mal bereit sein. Aber zum Anfang musste er jetzt nicht den ertragen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe keine Fahne. Ich habe keine Fahne. Ich bin schon raus. Wie? Das ist ja eigentlich. Du kannst doch für uns eigentlich die Fahrzeuge. Du leuchst. 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 Das ist schon abgesprochen heute Jahren. Mit begrenzten Teilnehmer-Spieler-Spieler-Spieler-Begrenzung. Gucken 200 oder 250 Leute. Eigentlich schon ein cooles Szenario für auch. Ich dachte, was wir denn den ganzen Tag spielen. Aber da wird dann ordentlich zu schleppen gehen. Wasser-Kalister schleppen. Wir haben unten einen Juggernaut. Ab der Bede und Timo. Ab der beide Fußgangsstraße. Die Kiste als Hocker. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gibt es halt unten dran. So kann ich beides benutzen. Stimmt. Und ein First Strike? Ja. Da haben wir einen Sniper mit Rotpunk. Zielpräzision eher durch Anzahl von Kugeln. Ja. Die Farbe gibt es aber noch nicht. Nein. Wir waren auf einmal mehr benötig. Jemand. Ski thrown auf in. Die Stadt ist in der Stadt, die wir hier haben. Team Blau, der wird Fahrträger sein. Einer muss die Fahne tragen. Einer muss sich fürs Team, ob er los ist. Du stehst doch mitten drin, genau. Wenn die Jungs, die da hinten kommen, würde ich einfach sagen. Der Letzte muss die Fahne tragen. Der Letzte muss die Fahne tragen. Der Letzte muss die Fahne tragen. Guck mal hier. Jeder guckt doch schnell nach hinten. Komm mal schnell. Der hat jetzt halt schon abgeschlossen. Der Letzte muss die Fahne tragen. Der ist doch richtig hoch. Der ist jetzt nach hinten, bringt es auch mit Regen. Wenn man hinten kommen soll, müssen wir die reihen lassen. Irgendwie wird da drauf sitzen. Aber mit dem Ding ist man jetzt reißen. Und was? Deshalb mach ich's nicht gut. Sind wir jetzt oder? Wir haben eine Fahne drüber. Ja, Julia nimmt die Fahne. Aber die haben die blauen Dinger durch. Ja, die blauen Fahne. Ja, die blauen Fahne. Ja, die blauen Fahne. Ja, stimmt. Blauer geht's doch nicht. Ja, wirklich. Äh... Der weiße, weiße... Der weiße, weiße... Der weiße, weiße... Der weiße... Der weiße, weiße... Hoch, Alter. Hoch! Boah, ist aber auch Handschuhe, Digga! Der kann aber die Stange einmal hinterherziehen und zieht die Fahne in die Stange. Der zieht die Fahne, aber... Beim Laufen müssen wir die Fahne hochhalten? Ja, genau! Da, Jungs! Guck mal, den Blau! Der Blau! Der Blau! Der Blau! Der Blau! Der Blau geht jetzt! So! Die Schütze! Die Beschütze! Der Blau! Der Blau! Der Blau! Der Blau! Die Schütze! Der Blau! Der Status ist B1 vorne. Schnell wie möglich. Ein Ventil geht immer so, nach rechts zu. Nach außen. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, drei, eins, los! aştämpft Wer schützt das Haus? Dürfen wir schon? 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 Der Flaggenträger muss hier lang! Der Flaggenträger muss hier sein! Wow. We're going to get to the front. Hey! We're going to get to the front. Yeah? We're going to get to the front. Let's go! Throw! Holy cow! That's if we can move! Yeah, come on! Go, come on! Come on! This is how it was! Nein. Dude, hab ihn! Das war's. Das war's. Das war's. Hä? Siehst du durch das Scope eigentlich was? Ja, manchmal. Damit der gleich fehlt. Ja, ja. Wo ist er nur? Wo ist er hin? Ja. Ja. Oh, ja, ja. 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 Dann räumen wir mal auf von hinten. Ja. 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 Blau. Ja. 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 Das dauert noch bis die kommen. Die kommen von hinten. Ja. Ja. Ord Eher. Ja. Fmerk. Halt! Ach so, ja! Ey, komm doch, du bist raus, komm ich! Hey, 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 hey! Hey! Den Upp, oder ist? Ey, du hast doch doch, der Arsch, ey! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hello, Papa, ruts estão, kiterr! Hey, hey! Oh, okay. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, kh łatab! Er, okay, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Hint, Hint, Hint! Hint, Hint, Hint! Hint, Hint, Hint! Wie lange soll ich meine Arm noch umhalten? So ist mein Recht bereit. Glockenzeichen ich bin vorne im haus Bier Untertitelung des ZDF für funk, 2017